Was den Wahlkampf anbelangt, so freue ich mich, dass Olaf Scholz anerkennt, was wir in der Großen Koalition geleistet haben. Ich finde, wir haben da eine Menge miteinander bewegt. Dass darüber seitens der SPD positiv gesprochen wird, war nicht immer so in der Vergangenheit. Aber das ist gut, dass das so ist. Aber ich will schon deutlich auch von meiner Seite sagen, dass es für die Zukunft und gerade in diesen Zeiten auch sehr klare Aussagen über die Fortführung von Regierungsarbeiten, egal in welcher Konstellation, bedarf. Und dass, wenn man sich sozusagen auf mich beruft, es einen Unterschied gibt. Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Gut,antage geht's!